UNTERTITELUNG Das bin ich... ...hamm. Was? Seht ihr mal an. Halt keine 15 Minuten durch. Dann muss ich aus. Hast du was geschrieben? Sonst Gutes nehme ich's. Ich hab' nur noch meinen Lust. Das ist so ein Arschloch. Ich hab' diese scheiß Transplantation nicht gemacht um in der zweiten Sitzung des Spiels zuzuschauen. Er hat ja nur gesagt, dass du dich ausblühen musst. Hallo Sven. Wie lange bleibst du mit zwei Wochen drein? So kurz wie möglich, keine Sorge. Will ich dich hier gut erholen. Da ist ja Alkohol drin. Prost. Bist nicht vorangekommen, ne? Mich nicht, ich schreib hier nicht mehr. Ich hab' Hamlet abgesetzt. Du bist so schwach. Es tut mir leid. Ein Schauspieler, der begehrt wird, das ist ein lebendiger Schauspieler. Aber wenn du ihm dieses Begehren nicht schenkst, wenn du ihm das nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Es tut mir leid. Ihr sagt alle, dass es euch leid und ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung! Stell dir! Ich schreib was, ja? Aber wenn du auf die Bühne willst, du musst gesund werden. Eines Tages begegnen sie einen Mann in einem weißen Hemd. Die Kinder aber haben keine Angst. Oh, ihr wart so süß. Du bist auch meine Schwester, ne? Und zwei Minuten nach mir zurückgekommen ist. Ich muss hoffentlich aufpassen.